Ja, hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind immer noch beim Betriebswirt IHK. Betriebswirt und natürlich auch Betriebswirtin IHK. Und wir schauen uns an, wie schwierig ist das Ganze. Und dies ist, ich glaube, Teil 4 mittlerweile einer Videoserie. Wir haben gesehen, es gibt beim Betriebswirt IHK einen ersten Prüfungsteil, es gibt einen zweiten Prüfungsteil und es gibt einen dritten Prüfungsteil. Die ersten beiden Prüfungsteile sind im Wesentlichen schriftlich. Der dritte Prüfungsteil bezieht sich auf die Projektarbeit und das Fachgespräch. Ich mache es jetzt etwas kürzer und mit Abkürzung, weil ich das oft erklärt habe. Ich will nur kurz zeigen, wo wir sind. Ich sagte nämlich, die ersten beiden Teile sind im Wesentlichen schriftlich. Außer hier, nämlich in dem zweiten Prüfungsteil gibt es zwei wiederum S schriftliche Fächer und ein mündliches Fach. Und dieses mündliche Fach ist PM Personalmanagement und dafür gibt es eine Situationsaufgabe. Und das ist eine mündliche Prüfung und genau das schauen wir uns jetzt an. Wir sind also bei der mündlichen Situationsaufgabe beim Betriebswirt IHK im zweiten Prüfungsteil. Wir sind nicht, ich wiederhole, wir sind nicht bei der Präsentation der Projektarbeit. Das ist so ein bisschen so ähnlich, aber dann doch wieder anders, weil es da um Ihre Projektarbeit geht, die Sie präsentieren. Hier herrscht folgendes Prinzip, nämlich Sie haben 30 Minuten Vorbereitung. So sagt es zumindest die Prüfungsordnung und diese Prüfungsordnung ist natürlich auch verbindlich für die Prüfungsausschüsse. Und dann mindestens, sagt die Prüfungsordnung, mindestens 30 Minuten Prüfung. Sie können davon ausgehen, dass das auch hier die Höchstdauer sein wird, weil kein Prüfungsausschuss sich leisten kann, so viel Zeit zu verbringen. Selbst wenn wir jetzt jeden Prüfung mit 40 Minuten prüfen, dann erhöht sich schon die Prüfungszeit pro Prüfling. Bei 10, 20, 30 Prüflingen ist das schon wieder fast ein halber Tag. Und deswegen können Sie davon ausgehen, 30 Minuten Vorbereitung, 30 Minuten Prüfung. Ansonsten ist das natürlich in gewisser Weise individuell. Das heißt, jeder Prüfungsausschuss mag hier die Prüfungsordnung ein bisschen anders interpretieren. Das kann sein, dass es da pro Stadt, pro Kammer, pro Ausschuss individuelle Abweichungen gibt. Ich konzentriere mich jetzt auf die Dinge, die allgemeingültig sind, weil ich nicht weiß, was eine spezielle Kammer in irgendeiner Stadt macht. Im Zweifel weiß ich das nicht. Deswegen konzentriere ich mich jetzt auf die grundsätzlichen Dinge. Also, was hatten wir? Wir hatten 30 Minuten Vorbereitung. Schauen wir uns das zunächst mal an. Nehmen wir das also als Überschrift. 30 Minuten Vorbereitung. Das heißt, was passiert? Sie kommen morgens oder wann immer Ihre Prüfungszeit ist, kommen Sie in einen separaten Raum. Und in diesem separaten Raum werden Sie begrüßt werden, wahrscheinlich von jemandem, der sich da ein paar Euro dazu verdient, vielleicht ein Rentner, der Ihnen eine Aufgabe gibt. Sie bekommen also diesen separaten Raum eine Aufgabe. Man kann diese Aufgabe auch Thema nennen. Ein Thema bekommen Sie. Und dann wird man Ihnen sagen, dass Sie eben diese 30 Minuten Vorbereitung haben, jetzt dieses Thema zu übersetzen in einen Vortrag. Und statt Vortrag wird vielleicht auch der Ausdruck verwendet, Präsentation. Sie sollen also eine Präsentation vorbereiten aus diesem Thema. Jetzt kann es sein, dass man vielleicht in einer Kammer Ihnen zwei Themen gibt zur Auswahl, sodass Sie eine Auswahl treffen können zwischen Thema 1 und Thema 2. Das sind Feinheiten, die lassen wir jetzt mal weg. Das ist das Thema Individualisierung. Wir gehen jetzt davon aus, dass Sie entweder durch Vorgabe oder durch Auswahl dieses Thema haben. Und daraus jetzt einen Vortrag, eine Präsentation vorbereiten sollen. Dieser Vortrag, diese Präsentation, das wird man Ihnen dann auch genau erklären. Da werden Sie wahrscheinlich 15 Minuten für haben. Das mag mal auf 20 Minuten ausgedehnt werden. Es gibt auch Ausschüsse, die sagen 10 Minuten. Ja, aber so ungefähr. Das ist wieder die Individualisierung. Sagen wir im Prinzip 15 Minuten Zeit für diese Präsentation. Und worum geht es jetzt inhaltlich bei dieser 30-minütigen Vorbereitung? Ja, 30 Minuten Vorbereitung. Worum geht es denn? Wo kommt denn dieses Thema her? Dieses Thema kommt aus dem Bereich Personalmanagement. Woher weiß ich das? Nun, das ist alles kein Geheimnis, sondern das steht in der PO, in der Prüfungsordnung. Da steht so was alles drin. Und diese Prüfungsordnung ist für den Prüfungsausschuss verbindlich. Ja, der muss sich daran halten. Und da stehen auch die Sachen mit den zeitlichen Vorgaben. Die stehen alle in der Prüfungsordnung. Und diese Prüfungsordnung finden Sie kostenlos im Netz. Geben Sie das bei Google ein und dann finden Sie die Prüfungsordnung. Und dann können Sie sich das meistens sogar als PDF ausdrucken. Und das sollten Sie tun. Es ist geradezu erschreckend, wie wenig sich die Prüflinge damit beschäftigen und wie wenig sie darauf vorbereitet sind, auch durch ihre Weiterbildungsinstitute. Worum geht es im Personalmanagement? Im Personalmanagement geht es im Wesentlichen um drei große Gebiete. So auch laut, und das ist jetzt nicht Prüfungsordnung, sondern das, was ich jetzt erzähle, steht im Rahmenstoffplan. Ja, es gibt für jeden dieser IHK-Abschlüsse einen Rahmenstoffplan. Den kriegt man wahrscheinlich nicht kostenlos im Netz. Da kriegt man höchstens mal die Überschriften. Den kann man kaufen. Aber auch das kann eine gute Investition sein, um einfach auch mal seinem Fortbildungsinstitut ein bisschen mal auf die Finger zu sehen, ob die auch das unterrichten, was sie unterrichten sollen, laut Rahmenstoffplan. Macht auch fast keiner. Besorgen Sie sich den Rahmenstoffplan www.wbv.de. Schauen Sie mal auf dieser Internetseite, das ist der Bertelsmann Verlag, WBV. Da müssten Sie die Rahmenpläne kaufen können. Also ich weiß, dass man sie kaufen kann im Netz. Ich kaufe sie ja auch. Und ich meine, es wäre wbv.de. Ja, aber die Letztangabe ohne Gewehr. Ansonsten ein bisschen mit Google arbeiten, dann finden Sie das raus. Ja, die kann man kaufen. So, was sind die drei Gebiete? Also wesentlich Strukturzahl 3. Da ist die Personalplanung. Da ist die Personalbeschaffung. Und da ist die Personalentwicklung. Das sind die drei großen Gebiete laut Rahmenstoffplan. Jetzt gibt es da gewisse Schwerpunkte, zum Beispiel in der Personalbeschaffung. Da geht man jetzt so ein bisschen auch auf aktuelle Themen ein. Diese Personalbeschaffung kann gehen in Richtung internationale Rekrutierung. Also nicht nur Beschaffung von Personal im Inland, sondern auch im Ausland. Und internationale Rekrutierung. Das ist ein stärker werdendes Gebiet. Dann kann diese Personalbeschaffung gehen in den Bereich Employer Branding. Auf Deutsch Arbeitgeber Branding. Ja, Arbeitgeber Marke. Employer Branding. Arbeitgeber Marke. Denn Personalbeschaffung nennen viele Leute auch Personalmarketing, weil Unternehmen heute intensives Marketing machen müssen. Und sie müssen sich nicht nur als Produktmarke, sondern auch als Arbeitgeber Marke positionieren. Und wenn sie einen guten Fortbilder haben, einen guten Weiterbildungsträger, dann hat er das natürlich gesehen im Rahmenplan, dass hier Schwerpunkte liegen. Internationale Rekrutierung und Arbeitgeber Marke sind hier Schwerpunkte, die auch den Touch von Aktualität haben und deswegen durchaus eine Rolle spielen können. Und Personalentwicklung, da geht es vor allem dann um Controlling. Ja, wie kann man die Effizienz einer Weiterbildungsmaßnahme überprüfen, durch Beobachtung befragen, durch Messen, durch Kennzahlen, solche Geschichten. Und so kann ein solches Thema durchaus mal lauten, das Unternehmen gibt viel Geld für Weiterbildung aus, weiß aber nicht so recht, was dabei rauskommt. Und entwickeln sie ein Konzept, mit dem sie hier das Controlling im Weiterbildungsbereich dieses Unternehmens verbessern. Ja, das könnte ein solches Thema sein. Dann haben sie 15 Minuten Vorbereitung und dann 15 Minuten oder, ja, 15 Minuten präsentieren sie dann. Ja, jetzt sind wir bei der 30-minütigen Prüfung, ja, wir hatten, sie erinnern sich, ne, 30 Minuten hatten wir Vorbereitung und jetzt kommt hier 30 Minuten Prüfung. Und im Rahmen dieser 30 Minuten haben sie etwa 15 Minuten für die Präsentation. Wie gesagt, hier gibt es individuelle Abweichungen und 15 Minuten dann noch für Fragen. Diese Fragen sollen dann eher ein Gespräch sein, also nicht ein stupides Abfragen von Wissen, sondern eher in Richtung Diskussion, 15 Minuten Fragen. Das können auch mal kritische Fragen sein, ja, sozusagen, meinen Sie denn, dass Sie auf dem Weg wirklich, und dann müssen Sie das, was Sie gesagt haben, so ein bisschen verteidigen. Sie merken schon, in den 30 Minuten Vorbereitung ist der Schlüssel natürlich mal wieder Struktur. Ja, Sie legen sich eine Struktur dessen an, was Sie sagen wollen und dann erst kommt der Inhalt. Struktur vor Inhalt ist auch hier wieder der Schlüssel, wie man in diesen 30 Minuten relativ schnell etwas Substantielles aufs Papier kriegt und man hat natürlich hier verschiedene Medien als Hilfe. Ja, Sie haben da wahrscheinlich Flipchart-Papier, Sie haben Overhead-Folien, die Sie benutzen können. So, das ist also das, wie es abläuft. Was wird hier verlangt? Sie wissen, jetzt, spätestens nach dem Video, es geht um Personalmanagement. Und wir haben irgendwann mal im Laufe dieser Videoserie gelernt, es gibt die quantitativen Fächer, wo es um Buchführung, Zahlen und Rechnen geht. Und es gibt die Laberfächer, Personalmanagement ist ein Laberfach. Aber es geht hier, und das ist die Kernfähigkeit, die verlangt wird, um strukturiertes und begründetes Labern. Ja, denn nachher, denken Sie dran, 15 Minuten müssen Sie noch Rede und Antwort stehen. Und wenn Sie dann nur einfach irgendwas daherquatschen und können das dann nicht durch besseres Labern gut begründen, dann sehen Sie natürlich schlecht aus. Ja, also strukturiertes, begründetes Labern. Strukturiert, das machen Sie in den ersten 15 Minuten, wo Sie präsentieren und dann begründen Sie noch in den zweiten 15 Minuten. Das ist so im Wesentlichen das, um was es geht. Es geht also auch darum, wie Sie als Mensch, als Präsentator ankommen. Das heißt, sich ein bisschen mit Präsentationstechniken zu beschäftigen, ist auf jeden Fall hier auch ein guter Ansatz. Also strukturiertes, begründetes Labern und Präsentationstechnik. Blickkontakt, ja, den Leuten nicht den Rücken zudrehen. Das ist einigermaßen leserlich. Schreiben, sehen Sie, da muss ich hier auch schon wieder lernen. Präsentationstechnik, also machen Sie es besser als ich. Ja, das sind die Fähigkeiten, die hier geprüft werden. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.